Hier präsentieren wir die 5 beste Luftbefeuchter-Test. Lass uns anfangen! Das Kombinationsgerät AG 27829-10 von Philips ist eine Gesamtmischung aus Luftreiniger und Luftbefeuchter und kann auch das Raumklima ganzheitlich verbessern. Es nutzt verschiedene Vorteile gegenüber herkömmlichen Geräten. Das 2-in-1-Kombisystem kann jederzeit genutzt werden, da die Luftfiltration ebenfalls unabhängig von der Luftbefeuchtung eingesetzt werden kann. Stellen Sie sich Ihrer Luft vor und regulieren Sie sie, jederzeit und überall. Dieser 2-in-1-Luftreiniger und Befeuchter bekämpft Allergene, vollständig trockene Luft, gefährliche Gase, Bits, Bakterien und Viren in einer Kombination aus beiden Eigenschaften in Räumen von ca. 65 Meter. Nummer 4. Beurer LB 55 Luftbefeuchter Wenn Sie nicht viel investieren möchten, ist der Beurer Po und 55 die beste Option. Im Gegensatz zu einigen anderen wirtschaftlichen Geräten zerstäubt er nicht und verdunstet dennoch, was viel besser ist. Der LB 55 hat nur zwei Wirkungsgrade, dämpft zuverlässig und ist zudem dezent gestaltet. Es ist etwas größer als andere Geräte, aber die Handhabung ist sehr einfach und ein Filter ist nicht erforderlich. Sie können Kalkpads verwenden, von denen 15 Artikel enthalten sind, nach unserer Erfahrung ist der Luftbefeuchter dennoch entkalkbar. Auf die genaue Einstellung der Luftfeuchtigkeit müssen Sie jedoch nicht verzichten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. VENTA Luftwäscher LW 25 Original Luftbefeuchter Der VENTA LW 25 ist wie der Beurer ein luftbetriebener Verdampfer. Die Kontrollleuchte kann beim VENTA nicht gedimmt werden, was im dunklen Schlafzimmer etwas unerwünscht ist. Positiv zu vermerken ist jedoch, dass der VENTA eine deutlich bessere Befeuchtungsleistung bietet als unser Testsieger und ebenso wie der Beurer. Wenn Ihnen 200 Euro nicht zu teuer sind, bietet Ihnen das VENTA-Gerät einen fantastischen Luftbefeuchter, der sowohl einfach zu handhaben als auch hygienisch befeuchtet ist. Nummer 2. Beurer LW 220 Luftwäscher und Luftbefeuchter in einem Gerät. Mit dem Beurer LW 220 können Flächen bis zu 40 Quadratmetern befeuchtet und sogar mit Luft gereinigt werden, allerdings nur bis zu 20 Quadratmetern. Dabei muss man mehr Geld investieren als für unseren Prüfungsmeister, und der eigentliche Vorteil einer entgifteten Luft besteht darin, dass nur Allergiker leiden. Wenn Sie jedoch Wert auf Luftreinigung legen, ist der LW 220 eine gute Wahl. Und die Nummer 1 unserer Liste. Philips Luftbefeuchter HU 4814-10. Der Philips HU 4814 ist nicht der effektivste Befeuchter unserer Untersuchung, jedoch der klare Preis-Leistungssieger. Wenn Sie nachts im Schlafzimmer auf den Einsatz verzichten können, erhalten Sie mit Sicherheit einen edlen, einfach zu bedienenden und auch langlebigen Luftbefeuchter. Es gibt keine überflüssigen Funktionen, Sie können das Tool jedoch an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das macht den Philips zu einem soliden Ausgangspunkt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.